Ich weiß nicht ob wir das schaffen. Komm, das schaffen wir ja. Jo, das schaffen wir ja. Gibt ja auch ordentlich Belohnung. 6.000. Wir wären schon schlecht. Naja. Biss im Hals. Und es ist echt, echt krass, dass ich schon neun Abonnenten habe. Ich habe sonst schon öfters mal Kanäle gemacht und da ging es auf jeden Fall nicht so schnell wie bei mir hier. Es freut mich, es freut mich wirklich. Von einem Projekt, wo es mal wirklich Spaß macht. Sonst war das auch öfters mal einfach nur gezogen aufnehmen. Es macht mir wirklich Spaß. Ich nehme auch einfach nur auf, wenn ich Lust habe. Aber ich mache das auch schon mal, damit ihr auch Spaß kriegt. Ist ja nicht blöd, aber ich mache das, wenn ich dann mal, wenn ich dann mal denke, ja, ihr müsst schon was haben. Dann habe ich meist auch Lust dazu. Und ich habe auch Lust euch zu unterhalten. Deshalb ist es ja gerade. Deshalb habe ich auch immer Lust das zu machen. Okay, also ich sehe, es ist durchaus schaffbar mit dem Rasenmäher, das fertig zu machen, den Rasen zu mähen. Und wenn ihr auch schon sieht. Scheiß Blätter. Wir haben es ja hier gleich. Wir müssen es nur eigentlich schaffen. Ja, ja, ja. So ist das Leben. Und der Wort kaputt, ich weiß es nicht. Doch, irgendwas kommt dann. Ja, ja, ich weiß gerade auch. Ich weiß es nicht. Ja, Mann, ich weiß es nicht. Mann, weil du hast ja gesagt, pass dich nach. Das hat dich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das heißt, es geht nicht. gut, dass ich das angenommen habe muss ich sagen oh kack bestimmt dahinten so weil wenn man das Geld kriegt plus einen Zeitbonus und wir können jetzt Raps enden aah ich fahr da auch gar nicht rüber aah sehr genau hier Entwickler schon zurück so naja einer hat mich auch gefragt wie ich muss Steam und Skype heiße ja dann habe ich das mal geschrieben ihr könnt mir gerne kennschreiben wenn ihr mich enden wollt ich nehme eigentlich ihn an kommt zwar an wenn es so ein blöder Japaner ist oder einer ist ey du geile Sau Schrauben nehmen wir an hier das ist geil doch dann würde ich auch annehmen aber wir schreiben ja hier kommen wir mal an ich gebe dir nicht die Fresse ne dann nehme ich glaube ich nicht an mhm also das steht mal das steht ja in der Kontakten nachrichten weil es geil dann über diese Kontakten nachrichten ja also es ist ja fast dazu kommen dass noch ein loll battle hochgeladen werden würde tut es aber nicht da es war mit wer mit isch auch ein klasse jetzt vorher kann ich mir auch fehlen ähm mit 200 abos gegen ihn und seinen freund schnacken ja hätten wir ein battle gemacht ich bin fort das hätte ich aufgenommen hätte ich bei mir aufgeladen er hat sich aufgeladen ja ist um zu kommen weil er keine Zeit hatte wir sind erst dauernd weil er gesagt hätte dass er fortbilden muss ich weiß nicht was er für einen Job hat das er fortbilden muss aber ok vielleicht ist er ein Lehrer ein Gamer Lehrer also das das würde ich hier zwischen wundern wenn man jetzt Lehrer ist und ein Let's Player das wäre schon komisch aber ja weil ich hätte es auch nur von Lehrern das er fortbilden müssen zumindest muss doch ein die Mutter muss auch schon unsere Fortbilder die Mutter arbeitet nur so einer viermal wenn nicht im Amsang nein nach Sachen für Türen man muss nur mal fortbilden nach Italien jetzt hat sich Glück das Luxus Hotel hat immer schönes Essen gekriegt sondern für drei Tage seitdem und selber mussten die sich halt da ankommen wie das hergestellt wird halt fortbilden ja ja scheiß drauf das ist doch so so kommen ja anders das war auch mal hier nee das hat man schon aus das ist selber bekanntes Lied krass ich weiß noch nicht wie es heißt aber ich höre das mal gern von ihm wenn ich als du es heute wir sind dass diese Hilfe ausgemacht hat die oben links f1 weiter jetzt habe ich es übergesst. Nee, 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 nee. Genau, zwei. Vielleicht will ich sogar mal eine Abo-Special machen, wenn ihr es wollt. So, hier, Abonnenten. Werden aber nicht mehr zwei Abonnenten sein. So, Lanfield, Chasm, Lotter. Kann man ja, ist es. Viele stehen auf so Häckseln. Das macht ja sehr viel Spaß, das Häckseln. Auf und auf Maps und so. Das könnt ihr mal theoretisch machen, ein Map aussuchen. Mit Mots, dann würde ich vielleicht mal, äh, ein Server machen. Dann, wenn ich, äh, mal die IP bekannt geben, die Mots verwende und die Map. Könnt ihr mal drauf joinen. Wäre auch nicht mehr cool. Wenn ihr das wollt, könnt ihr gerne schreiben. Könnte man die machen. Also, dann, keine Ahnung, auch mal richtig auf den Map. Silage, Map, so, Mots wechseln. Oder, muss nicht Mots wechseln sein, kann doch Gras sein. Ach. Ja, ja. Ja, ich komm mit dem Kleinfinger nicht in den O-Taste ran, mit Wechseln zu lenken. Jetzt kommt hier in den O-Taste an. Da kann ich's mal umstellen auf normale und... Was machen hier? Fälsch. Wachse. Wie fehlt es hier? Ernsthaft? Komm. Ja. Ja. Ja, ich weiß... Scheiße. 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 Müssen... Ja. Machen die Müssen jetzt nicht. Jetzt ist ein bisschen zu spät wegen dem Feld. Ne, ne. Das lass ich jetzt lieber. Wir machen das jetzt. Fast das schnell wachsen. Ne. Es ist ein bisschen zu spät. Gerade hat es einer geklappt. Jetzt ist es aber, glaube ich, schon zu spät. Weil ich will das nicht verdorben lassen. Und währenddessen kann ich hier mal den... ...zweck ja da hinten... ...wahl... ...ja... ...rubern lassen. Damit die, äh... Nein, das ist ja schon ein Robert, hört mir auf. By the way. Oh, schön. Naja... Ich bringe mal zum Hof und hole mir den Ding... ...die Seemaschine. Und dann lass ich erstmal hier... ...noch mal Raps reinbringen. So. Der ist schon ein geiler Trecker hier. Wenn ihr andere Musik haben wollt... ...wenn ihr irgendeine Place mehr fehlen habt. Äh... Andere Musik. Weil ja, der passt eigentlich in den Buch zu 100.000. Schreib's... ...rsch... ...sch... ...sch... Schreib's in den Kommentaren. Ich wollte grad... ...auffüllen, aber mach ich ja nicht, weil ich helfe anstelle. ... 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